Wie ihr gesehen habt, sind wir hier jetzt am PC. Und zwar heute reagieren wir, beziehungsweise, ähm, was heißt bewerben? Okay, nee, das lassen wir es. Aber wir reagieren, oder beziehungsweise, ich erkläre euch auch, wieso kein neues Video gekommen ist, so kann man es schnell behalten. Wir reagieren drauf in, ich zeige euch die Grafik, 1080p ist die Videografik. Ich persönlich kann, glaube ich, auch mehr abspielen. Zumindest mein PC könnte es. Jetzt schauen wir uns das Video an und wieso kein weiteres gekommen ist, erfahrt ihr nach dem Anschauen, ja? Jetzt schauen wir es uns einmal an, aber zuerst ein paar Einstellungen, die hier wichtig sind, dass wir was hören, beziehungsweise, das hier. Löl. Gut. Gut. Klappt nicht so. Jetzt ist es besser. Ich muss nichts hören, aber man hört ja doch auch nichts. Okay, ich bin einfach still und wir schauen uns das ganze Video an. Ähm, ja. Ab und zu werde ich vielleicht was da... Ähm, ja. Aber ich werde, ich werde auch den Link nicht in die Beschreibung packen, wieso? Weil, das mache ich nicht mehr. Gut. Dann, hehe. Wieder Wiederholung gleich. Gleich. Ja. Hehe. Ähm. Gut. Link zum Video. Ähm, ja. Seht ihr hier jetzt. Genau. Gut. Dann ist eh schon alles gut eingestellt. Dann verschiebt es in den Hintergrund. Und viel Spaß bei dem Video. Ist das maximale Soundqualität? Gut. Jetzt aber. ¡Nos士! Gut. Haben wir jetzt. 2023. GG. Ernsthaft. Ist das dein Scheißernst gerade? Das ist lustig. So. Gibt es ein paar Probleme. Deshalb mache ich jetzt weiter. Willst du mich verarschen oder was? Mann! GG spreche schlecht. GG spreche schlecht. Jogi, ja. Ich blende euch am Ende mal ein, wie er jetzt aussieht. Sie hat ein Loch purf. Und sie ist aus Plastik. Es ist alles normal, bis auf, dass die dann kalt ist und dann Loch hat. Und du hast Plastik ist. Mehr nicht. Bro, was für ein Vollidiot war ich. Willst du mich komplett zum Nahrung halten? Durchsauen. Heißt ganz sicher so. Durchschauen. Und ja, ihr hört es zweimal. Lell. Wenn man Ton hören will, wird das nichts anderes. Was für eine Scheißkamera hatte ich. Wobei, das war ein iPhone 14. Das neueste Handy. Oder? Nee. Nee, war ein iPhone 6s. Oder war es das Samsung Galaxy A8? Das ist mir scheißegal. Was ist das hier? 18.04.21,9 Grad. Wie viel der ist? Der 12.12. Montag 2022. Wow. Wow. Aber jetzt habe ich 9.14. Der war im April. Das war damals das neueste Handy. Und ich werde mir nicht alle 15, 15 Jahre ungefähr, alle paar Monate ein neues Handy kaufen. Also, die kostet ja auch was. Und bis jetzt verdiene ich kein Geld dadurch. Okay. Was habe ich unerwartetes gemacht? Ich weiß es nicht. Gott verdammt. Mann. Das bleibt. Das soll dazu. Ja, es wird gleich besser. Ah. Wie der Wind. Ja, hallo. Ich möchte die Ruhestörungen melden. Bitte. Wenn ihr ganz viel Erde habt und nicht mehr wisst, was ihr damit machen müsst, schickt es mal rüber. Schickt es mal. Schickt es mal. Könnt ihr mal Postfach schicken, glaube ich. Schickt es mal rüber, wenn es nicht geht. Tja. Mann, solltest du es schicken. Ja doch. Du könntest es tun. Ja, dann kannst du es 7. Ähm, schicken. Schrägstrich, glaube ich. 11 oder 9. 11. Oh ja. Hm? Nein, dort will ich nicht. Aber dort könnte ich es abholen. Hm. Bitte. Nicht an mich. Aber. Wunderstand an wen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist mir doch egal. Das war ja erstens eine Fake-Adresse. Soll ich so, wie es ist? Es gibt es zwar, glaube ich zumindest, aber. Nee. Ich wut. Weil wer es jetzt wirklich geschickt hat, das ist ein Trottel. Wer es wirklich gemacht hat, weil. Naja. Das ist wirklich Fake. So. Ähm. Bäh. Ich habe nichts gemacht. Habt ihr oder habt ihr es gesehen? Hä? Hä? Ich mache nichts. Nicht Spaß. Vorher war es so wieder auf der Tastatur und jetzt STRG-F. Macht ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß. Was soll? Was will er speichern? Kann man Schnee behalten? Alles klar. Alles klar. Ist ja. Ähm. Ja. Komm. Sprüge mal vor. Ähm. Jedenfalls, ihr habt es einmal gesehen. So, und jetzt zum Thema. So, aber jetzt zum Thema, warum ich keinen neuen Content mehr bringe. Dann können wir uns dabei etwas schöner ansehen. Und ja, ich mache auch Werbung, dass ihr das... Werbung läuft noch bis zum 10. So, hier seht ihr nochmal mein Dingster. Naja, habe es gleich weiter gemacht nach der Aufnahme von vorher. Also, welche war von vorher? Komm, das war mit ChatGPT. Ah, naja, egal. So, und jetzt zu unserem Thema. Wieso kommt kein Video mehr? Ich wollte es tun, habe es aber nicht gemacht. Wieso es jetzt nicht mehr kommt, weil ich den Schnee... Es hat geklappt, ja, aber ich habe den Schnee nicht mehr. Und wieso? Ich habe ihn, ähm... Wirklich, jetzt... Ihr werdet mich hassen, aber ich habe ihn weggegeben. Ich wollte ihn nicht mehr. Also werde ich das Ganze... Da wird der Part 2 professioneller auslaufen. Yep, wieder. Und ich werde euch auch zeigen, wie man Kunstschnee macht. Also, bleibt dran. Jetzt kriegen wir... Jetzt kriegen wir krasse... Krasse Scheiße. So. Was heißt das für euch? Euch erwarten... Euch erwartet noch... Im Jahre 2023 ein spannendes Erlebnis. Und wir haben die ersten Abonnenten in diesem Jahr hier bekommen. Die ersten 100. Und dafür möchte ich mich bei euch bedanken. 114 mit dem Macbook. Und die restlichen, diese über 200 Abonnenten, habe ich jetzt dank diesem neuen PC. Und das ist der, Hightech 4Games. Der hat, wie gesagt, 1000 Euro gekostet wegen einem Code. Den sage ich euch natürlich nicht. Weil das wäre... Naja, nicht sehr nett. Das ist nur für eine... Nur für... Ähm... Für uns. Und... Ähm... Ja. Habe ich in einem Video gesagt, vielen Dank an den Günther. Sage ich auch hier nochmal. Weil, ähm... Er hat uns diesen Code gegeben und uns beraten. Ähm... Weshalb, ähm... Wollte ich nochmal gesagt haben. Das ist... Ähm... Der PC... Da sind wir nicht selber drauf gekommen. Wollte ich mal nur gesagt haben. Und ja, ich werde ihn euch nicht verlinken. Ich könnte zwar, erstens will ich das nicht, dass es wirklich genau so nachgemacht wird. Zweitens. Der kann noch das Linsermittel dauern, bis er zugeschickt wird. Und drittens. Ähm... Wird er bald nicht marktuell sein. Auch jetzt schon ist es, ähm... Fragwürdig, ob man ihn noch kaufen sollte. Ähm... Klar, er ist noch super. Ähm... Und ist jetzt definitiv auch noch kaufbar. Aber jetzt gibt es schon wieder besseren, den Preis. 1.049 gerade gekostet, vielleicht 1.100 irgendwas. Ähm... Vielleicht findet ihr ja was. Vielleicht findet ihr den selben. Ihr könnt ihn euch gerne bestellen. Ähm... Ich werde euch dazu aber nicht spoilern oder euch helfen, wenn es Probleme gibt. Ähm... Genauso sollte ich mal etwas Illegales machen, wie zum Beispiel am Wii U Hack. Und ich euch das Ganze erkläre. Führt ihr das Ganze auf eigene Gefahr aus? Ich zei... Ich erkläre es euch nur. Ja, ich lade mir die Games runter. Und da haben wir noch die, ja. Und nein, es ist... Und ich spiele es nicht privat. Ich mache das nur für das Let's Play. Ja? Und ja... Es ist nicht schlimm, wenn man Games runterlägt. Niemand erwischt einen Kontroll drauf nur an, ob man es auch gut macht. Also ich empfehle es euch nicht. Aber ich habe den Schnee nicht mehr. Ich werde dieses Jahr dann ein paar zwei, eine neun machen. Und auch eine neun, ähm... Ich sag's so, bis es ist eine neun. Ich werde das Ganze in einem Video machen. Also dann. Das war's. Ciao. Ciao.